So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und wir haben heute wieder was ganz besonderes für euch vorbereitet. Wir sitzen nämlich hier im Carboard, ne, wer kennt das? Der Klaus hat immer gesagt, im Skateboard, aber das ist ein Unterschied. Im einen sitzt man drin, auf dem anderen sitzt man drauf. Ihr könnt euch zwar hier oben auch draufsetzen, aber dann bricht das Dach durch. Und wir haben heute wieder was ganz besonderes für euch vorbereitet. Ich glaube, das habe ich schon gesagt, nämlich nicht diese Kiwis, ja. Ja, versteht ihr, was ich meine? Was ganz besonderes nicht, diese Kiwis. Guckt ihr euch mal an, wie die aussehen. Das sind Kiwis ohne diese braunen Haare dran oder was das sein soll. Das sind Mini-Kiwis. Habt ihr schon mal Mini-Kiwis gesehen? Die sind so genial. Die haben hier nämlich nur so einen kleinen Zibbel und dann könnt ihr den Zibbel abzibbeln. Dann könnt ihr da reinbeißen und dann schmeckt das wie eine Kiwi. Nur ohne diesen komischen braunen Hoden, sagt er, da drum rum klebt. Ist außen, keine Ahnung, schmeckt nach Kiwi. Edeka höre ich gerade aus der Redaktion. Moment, aha, alles klar. Guckt euch mal das Männchen da an. Wir können aber ein Stück abbeißen. Und die sehen innen drin aus wie Kiwis. Außen sieht es aus wie keine Ahnung was. Und deswegen habe ich gedacht, geht es heute nicht um die Kiwis. Denn wir sitzen draußen mit rote Pfefferon gefüllt mit Frischkäse-Zubereitung. Traumhaft cremig. Was werden wir also heute machen, wenn wir rote Pfefferon haben und Kiwis und Dirty, ne? Schleichwerbung. Wir werden grillen. Wir werden Bratwürste testen. Denn Bubsy hat wieder ganz besondere Bratwürste gesehen. Denn die sind nämlich das. Das ist nämlich dieses hier. Also das sind jene. Kartoffel-Döner-Bratwurst von Alhai. Alle sind Hai, okay. Gewinner der Show. Die leckerste Idee Deutschlands. Auswohl die Höhle der Löwen. Habt ihr schon mal die Höhle der Löwen gesehen? Besser nicht. Guckt euch das nicht an. Aber ihr habt auf jeden Fall diese Kartoffel-Döner-Bratwurst. Und wenn ihr euch gar nichts darunter vorstellen könnt, wir können das mal hier rumdrehen. Und dann seht ihr hier Kartoffel-Döner. Ein Plakat. Kartoffeln statt Döner. Inspirierte den Oldenburger Imbisswirt. Hani Alhai. Zur Kreation Kartoffeln und Döner. Kurz Kartoffel-Döner. Presse, Funk und Fernsehen sind von dieser herzhaften Art der Völkerverständigung begeistert. Guten Appetit, Saka. Erinnert mich an Bukati immer. Ken you dig it, Saka? Wer kennt das noch? Ja, da weiß man jetzt wieder nichts mit anzufangen. Hier also der Kollege. Infos auf kartoffeldöner.de oder auf Facebook. Hier auch noch dieses Logo, dieses Bild dabei. Kartoffel-Döner von Alhai. Das ist alles nämlich eine Geflügel-Bratwurst mit Kartoffel-Parmak-Suchuk nach Art einer Knoblauch-Bratwurst und Spinat. Die wollen wir heute mal grillen, die wollen wir heute mal testen, die wollen wir heute gleich mal aufmachen. Ihr seht schon, die Spinatstückchen, da ist lauter grünes Zeug mit dabei. Aber auch Kartoffeln sieht eigentlich aus, wie wenn es diese Kartoffel-Suppe in diesem Beutel gibt. Was aussieht wie eine Wurst. Nur, dass das hier trotzdem auch noch nach Döner schmeckt. Ich bin also gespannt. Grill wird gerade angeschürt. Sieht gut aus. Wir haben noch mehr da. Aber heute geht es wirklich um die Kartoffeldöner-Bratwurst. Punkt. Blusi. Blusi. So. Ihhh. Laumas So, die Wurst ist fertig Ihr habt es gesehen Da ist sie angekommen So sieht das jetzt aus, wenn sie fertig ist Ich kann euch auch zeigen, wie es aussah Wo sie noch nicht fertig war Wenn man die hier in der Packung hat Will die Packung aufmachen Und da will dann die Wurst rauskommen Guckt euch die an So sieht die aus, wenn die nicht fertig ist Und so sieht die aus, wenn die fertig ist Der Vergleichstest Wir können mal so reinbeißen Gucken wie die schmeckt, wenn die noch gar nicht fertig ist Sollte man das tun, ich weiß nicht Aber wenn die eben nur aus Kartoffelbrei besteht Und Spinat und keine Ahnung Und Schleim ist vor allem auch dran Wir beißen mal rein Schmeckt Schmeckt ein bisschen wie Fertifuchs Mini Würstchen Vor allem auch durch die Schleimnode außenrum Ich glaube die eine werde ich mir so aufheben Werde mir so essen Dann sind aber nur noch zwei da You know what I mean Das funktioniert so nicht, keine Ahnung Wir wollen die jetzt aber richtig probieren Mit Messer und Gabel Einfach mal in der Mitte durchschneiden Hier mal zeigen Guckt euch das an Da seht ihr jede einzelne Bohre Ist bestückt Schön mit Spinat War es Spinat? Das war Spinat Kartoffeln, Knoblauchwurst Wurst Riecht auf jeden Fall gut Sieht interessant aus Sieht sehr gesund aus Kräutermäßig Soll ich dir auch mal ein Stück abschneiden? Aber nicht ein Stück Soll ich dir das mal Ja, das habe ich dir den Zipfel gerade abgeschnitten Ein kleines Kleines Ja, warte Hier So Dann gebe ich dir mal das Zum probieren Sieht wirklich ein bisschen aus Wie Kartoffelbrei Kartoffelbrei Mit Spinat drin Ist also gesund Jetzt hauen wir hier endlich mal rein Gucken uns das an Zack Die gute Wurst Heiß Heiße Wurst Soll ich zuerst mal Kratzitaffee Kampfit Also ich finde Man schmeckt sehr stark Die Gewürze Es schmeckt auch sehr stark Mit diesem Sucuk Mein Fall wäre es jetzt nicht Habe aber schon deutlich Schlechtere Würste gegessen Ist ein Experiment Aber brauche ich jetzt nicht unbedingt nochmal Dann lieber die Meininger Die Meininger Ich kann nur so viel sagen Ich esse ja sonst immer solche Holzfäller Würste Die keine Zipfel haben Und die nicht wie normale Bratwürste Schmecken Sondern eher auch ein bisschen anders Die schmeckt auch ein bisschen anders Und ich bin so Übersättigt mit Bratwürsten Jedes Mal wenn es heißt Wir gehen grillen oder irgendwas Habe ich keinen Bock Aber das ist was Ich finde das geht immer Weil das ist was besonderes Das ist nicht so aufdringlich Extrem wurstig Das ist trotzdem irgendwie Kartoffelig Da sind ein paar Sucuk Stückchen mit bei Alles Das sieht gesund aus Sieht gut aus Das erinnert mich an diese Holzfäller Bratwürste Die Idee dahinter finde ich also richtig cool Es sieht cool aus Es schmeckt gut Es ist nicht aufdringlich Und weiß ich nicht Guck dich die doch an Wer wollte nicht schon immer mal sowas haben Brauchst du auch gar nichts dazu Bei den anderen immer Senf drauf Ketchup drauf Die kannst du so essen wie sie ist Finde ich gut Danke an Pupsi Dass sie das gesehen hat Und mitgebracht hat Die Mama kann auch gleich noch ein Stück essen Ich werde mir dann noch so hier So eine komische Pfefferone reinziehen So eine ölige Vielleicht das als Beilage Gießt hier rein Dann könntest du dir so eine Ölpfefferone mit Frischkäse gefüllen Also schmeckt auf jeden Fall ultra interessant Auch wenn die ganze Fresse hier ölig ist Wegen diesen komischen Pfefferone in Öl eingelegt Dieses ölige macht euch eh Bauchschmerzen Aber die Wurst passt Das passt auch dazu Alles mögliche passt dazu Vielleicht noch einen leckeren Salat dazu Hin und her Aber theoretisch kannst du komplett auf Irgendwelche Soßen oder irgendwelches Ketchup verzichten Das hat einen interessanten Geschmack Das war es von meiner Seite aus Guckt mal ob ihr die seht Vielleicht könnt ihr die auch mal testen Oder wenn ihr die kennt Schreibt mal eure Meinung dazu rein Die Kartoffeldöner Bratwurst Von Honey Al Hai Und vor allem Saka Also guten Appetit wahrscheinlich Peace out for Haut euer Ramses Outro